So, Papa kommt jetzt erstmal schön nach Hause. Gucken, was die Kleinen wieder machen, ne? Ah, bin ich mal gespannt, die beiden kleinen Racka, die... Gott, da wäre Müll wieder nicht rausgebracht worden. Du hast schon mal geklärt hier, so... Wo sind sie denn, meine Kleinen? In der Badewanne, hä? Ne, da sind sie nicht. Ah, da ist der Stein, guten Tag, hallo Stein. Ja, natürlich, wo ist denn dein blöder Bruder, hä? Oh, da ist er ja. So, da kommt mal mit, Penta, wir gehen... Lukas, schnauze jetzt, Alter. Ruhe! Lukas, wir gehen jetzt erstmal zusammen lecker was essen. Kommt mal mit, da geht der Papa erstmal schön eine Runde Burger geben für den Alphan, ne? Für den Stein. Du hast sicherlich viel Hunger. Komm, vereinst mal ein bisschen, es soll nämlich gleich regnen. Lukas, Lukas, was hast du gerade gesagt? Habe ich auch was gekriegt? Du bleibst jetzt erstmal schön da, wo du gerade bist, mein Freund, ja? Lukas, vorsichtig, Alphastein, vorsichtig mit unserem Haus, ja? Also, ich bitte dich, komm. Urkunden. Ja, ja, oh, guten Tag, hallo, hallo. Ich hätte gern zwei... Hey, mach mal Platz hier. Hey, ähm... Hallo, hallo, wir standen hier zuerst, wir standen hier wirklich... Oh, hallo, na, Kleiner? Ähm, okay, ganz kurz. Hey, wir wollen's bestellen, wo ihr weißt. Alphastein, können Sie mal ganz... Hallo, gehen Sie mal bitte vorne nach... Ich will 20, ich habe Burger, ey. Alphastein, du kannst doch nicht den Mann hauen, Alphastein, bitte beruhig dich. Tu die Waffe weg, Alphastein. So, pass mal auf, Kollege, wenn du jetzt meinen Sohn noch einmal sagst, schieb ich dir ins Wein. Hau ab. Entschuldigung. Raus, Entschuldigung, Entschuldigung, es tut mir leid. Darf ich jetzt erst Ihre Bestellung aufnehmen? Natürlich, kümmerst du dich... Alphastein, komm da hinten weg. Sag mal, was ist denn mit dir? Hau ab jetzt. So, weg jetzt, Alter, komm, hau ab. Hallo, ich würde gern 20 Hamburger... Zwei Hamburger für mich und meinen Sohn, Stein. Unmöglich hier. Oh, eine Frechheit. Setzen Sie sich schon mal an Ihrem Platz, ich bringe Ihnen das Essen für Zeit. Ah, super. Papa, darf ich auch noch ein kleiner? Lukas, halt das Maul! Stein. Oh nein, soll ich denn wieder aufhören, kleiner Junge? Stein, kümmerst du dich? Lassen Sie mal... Stein, helf mal deinem Bruder jetzt, komm. Mach doch gar nichts, ich unterhalte mich doch nur mit dem Kleinen. Ich schieße ihn gleich in den Kopf, wenn sie nicht meinen Sohn in Ruhe lassen. Was darf ich? Ich mach doch gar nichts. Was darf ich dir? So, die beiden anderen jetzt... Stein, hilf deinem Bruder bitte auf. Stein, bitte hilf deinem Bruder auf. Einfach Stein... Komm, Stein, hilf deinem Bruder auf. Der Sturm kommt, Alter, ne? Okay, okay, okay. Oh mein Gott, der Sturm! Okay, okay. So, Lukas, der Papa hat dir was mitgebracht, guck mal. Ich hab noch Hunger, mein Ätzen haben die gar nicht bekommen. Lukas, guck mal, der Papa hat für dich ja noch ein Happy Meal hier, ne? Oh, kleiner... Papa, aber... Alles gut, der Lukas, der Lukas. Stein, komm her, komm, kleiner, komm. Du bist mein Lieblingsohn, ich hab dich so gerne... Kleiner Witz an, Lukas. Papa, nein! Oh, Lukas, komm aus der Wolke raus. Lukas, komm aus der Wolke raus. Lukas, Stein, hol deinen Bruder wieder hoch. Komm, ganz schnell. Stein, ja, ich fass den nicht an. Ich fass den nicht an, den Ekelhaften. So, Lukas, dann nimm dein Happy Meal und dann ab geht's nach... Komm, Kinder, wir treffen uns in Retail Row, okay? Hol deinen Bruder jetzt hoch. Dauert das wieder mit dir, Drecksplage, Lukas? Ähm, Papa! Gottes Willen, ich liebe nur einen Sohn, Alpha Stein. Das ist der Beste von allen, ne? Ja! Ach Gott, ich hab ihn so... Ey! Hallo! Stein! Lukas, was ist denn? Lukas? Hast du auf mich... Lukas? Nein! Sei froh, dass ich nicht den Kopf geschossen hab, Lukas. Da liegst du wieder. Ja, doch, doch. So, wir treffen uns jetzt. Ich bin jetzt mal mein Happy Meal. Ist dein Happy Meal, genießt aber bei all dich, Lukas, der Sturm kommt. Nicht, dass du weg... Wobei... Ach, gut. Allzu schlimm wär's ja nicht. Guck mal, Stein. Soll ich dir mal eine kleine Geschichte erzählen? Komm mal her. Hier zur rechten Seite. Da oben, wo es so stinkt. Guck mal hier. Da hat er mich... Da, siehst du das? Guck mal hier. Hier hat der Papa, ist der groß geworden in dem stinkenden Haus hier rechts. Da ist der... Lukas! Hast du mich gerade ausgelacht? Nein, ich hab den Bauch... Nimm das! Sei froh, dass du nur einen Schroffel gehab! Du Drecksbalk! Also los, Kinder. Der Sturm kommt, ne? Oh, lecker. Äpfel. Mhh. Lecker, lecker, lecker. Dem Lukas alles wegessen, weil er nämlich Hunger hat. Wir müssen uns echt beeilen. Wir treffen uns nämlich vorne in dem großen, großen Laden, wo die ganzen Lebensmittel sind steil. Da gehen wir jetzt gemeinsam hin, okay? Lukas! Hörst du auf, mit deiner Schroffelte zu schießen? Ich hab keine Waffe, Papa! Lukas! Ich hau dir gleich meinen Schraubenschlüssel auf den Kopf! Alf, hör auf! Häh! So, hier der Tacoladen. So, hier ist er doch. Der Shop. Sehr schön, sehr schön. Kinder, wo seid ihr? Hier. Internet! Internet? Häh! Oh, das wollte ich nicht. Das war eine sogenannte Fehlzündung, Lukas, ne? Entschuldigung, Entschuldigung. Also wirklich Entschuldigung. Och, ne, da oben ist wieder der Typ aus dem Laden. Lukas, da ist der Typ aus dem Laden sicherlich nicht. Oh, hallo, guten Tag. Oh, willkommen. Heute ist unser Fleisch im Angebot. Falls Sie wollen, hier sehen Sie die Theke. Ähm, okay. Kinder, sucht euch mal hier alle was Leckeres zu essen aus. Guck mal. Ach du, kleiner Fraz, hallo. Näh, ja, Lukas. Ah, wir wollen doch in den Keller gehen. Kommt! In den Keller? Alferstein, ich... Lukas, komm mal her jetzt hier. Komm mal her. Aber da draußen ist dieser komische Mann von eben. Lukas, da ist kein komischer Mann. Wo ist denn hier? Doch, ich hab's gesehen, da vorne. Ach, das ist doch ein ganz normaler Lukas. Halt den Mund jetzt. Komm jetzt mit mir los. Pass mal auf, Lukas. Was ist denn da los? Hier vorne. Komm, Lukas. Hier beim... Hier, guck dir mal hier das Gemüseregal an. Ich will gucken wir das Steak. Ja, ja, ja. Ich guck mir kurz an, wo mein anderer Lieblingssohn ist. Wo ist denn... Ich bin hier, Papa. Ähm... Sag mal, kleiner, wo ist denn dein Papa eigentlich? Das war doch der nette Herr, der... Wo ist... Stein! Komm mit. Stein, wo bist du denn? Lukas, hör auf, wenn der hört zu laufen und mach nicht auf! Lukas! Du lassen sie doch den armen Junge. So, kümmern sie sich mal hier um das Kind. Ich war hier. Komm mal, übernicht du. Oh, Hammer, Mann. Wie sieht's denn aus? Sag mal, willst du mal... Stein. Stein, gehst du... Ja, 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 der ist ganz süß, ne? Stein, geh mal hoch nach deinem Bruder gucken. Komm, geh mal hoch nach deinem Bruder gucken. Entschuldigung. Ja, bitte? Kannst du mal kurz mein Wingman... Ruhe da oben jetzt! Sei mal kurz bitte mein Wingman, Bruder, okay? Komm. Bruder, hör zu. Ich bin... Hey, hör mir zu. Du belästest jetzt die Frau, du belästest jetzt die Frau. Und ich hau dir voll ernst rein und dann bin ich der Held, okay? Okay, deal. Alles klar, okay, gut. Jedenfalls wollte ich nur kurz gefragt haben... Hey, lass... Hey, lassen Sie die Frau in Ruhe! Was ist das? Lassen Sie die Frau in Ruhe! Ich hab sie gerettet, schauen Sie mal, hä? Aber was wird denn hier rumgeschossen? Ähm... Ach, Mensch, der Arme... Was ist denn mit dem... Oh. Oh, ähm... Lukas, geh mal hier mit dem Mann, komm, das passt schon. Äh... Ja, ich... Ich bin da raus. Komm, ich gerade angefangen? Lukas! Der nette Herr hat auch selber Kinder, das hatte... Lukas, pass auf, wir machen das so. Du gehst mal jetzt mal kurz mit dem Mann, mit Lukas, und ich und die Frau und der Stein, wir gründen eine neue Glückliche-Familie... Äh... Guck mal, mich kleiner. Äh... Keine neue Glückliche-Familie. Lukas, jetzt... Lauf! Lukas... Lukas, ich schieße dir in den Kopf, weil du jetzt nicht weggehst! Lukas... 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 Ab jetzt! Ich glaub, ihr Poko brennt, Papa. Lukas, das ist mein... Papa, mein Kopf tut weh, aah! So, komm, Stein. Möchtest du mal probieren? Stein, dein Bruder braucht... Oh nein, nein. Dein Bruder braucht dringend Hilfe. Nur einmal. Nein, ich will dein Lolli nicht. So, wenn sie jetzt meinen Sohn vielleicht in Ruhe lassen könnten... Äh, ich hab ihm nur versucht aufzuhelfen, aber... Sie sind doch, sie sind doch... Sie arbeiten doch hier beim Militär, oder? Äh, ja, ja, ja. Dann gehen sie mal hin und laufen sie in den Sturm und kämpfen sie, los! Äh, ich kann doch nicht gehen... Ich bin Brigadier der dritten Generation, kämpfen sie! Wir können... Was soll ich da gegen den Sturm machen? Das ist höhere Gewalt! Kannst du dem Sturm dein Lolli zeigen? Lukas, spar dir solche Kommentare! Stein, komm mal bitte zurück. Wo ist denn jetzt hier die Frau von der Kasse? Kommen Sie mal bitte ganz kurz. Fräulein, würden Sie sich ganz kurz mal hier reinsetzen bei mir? Ja, ich bin! Gut, ja, Stein, komm. Junges Fräulein, bitte mitkommen. Lukas, du gehst mit... Geht's nicht! Aua, hör auf mich zu hauen! Hör auf mich zu... Mann, ich... Ich glaube, sie haben ihre Kinder nicht unter Kontrolle, kann das sein? Komm rein! Äh, ja, dann gehen sie ruhig. Aber nur für eine Minute Pause, ja? Ja, ja, das passt schon. Gut, was machen wir drei jetzt? Lukas... Ähm, das... Das Angebot mit dem Lolli steht noch. Gut, ich würde sagen, sie haben doch hier diese Wetter-App, ne? Und dann, dann, ich meine hier mit dem Unwetter, das ist wirklich... Äh, Gott, das wird... Furchtbar, furchtbar ist das. Ja, 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 ich fäll mal hier ein bisschen Holz. Und die Kinder, die armen Kinder. Ja, ja, alles für die Kinder, ne? Sag ich ja immer wieder. Geh mal hier rein mit dem Mann, mit dem Mann hier rein. Nee, nee. Lukas! Komm, du musst... Du musst das Schutz noch nicht! Lukas, es regnet gleich. Entweder du gehst jetzt da rein oder du kriegst da rein. Ja, aber nur, weil ich nicht vom Sturm geholt werden will. Ja, ja, du, was auch immer. So, wir kommen hier wieder raus. Du hast einen sehr verantwortungsvollen, von fahrtbewussten Vater. Ich fäll dich raus. So, und wir drei, komm mal mit. Komm mal mit. Ruhe da hinten jetzt. Ja, ja, das passt schon. Können Sie mir vielleicht... Wo geht's denn hier rein? Ich brauche einen neuen Caravan. Ich möchte mit meinem Lieblingssohn Alperstein und vielleicht sogar Ihnen, junges Fräulein, gemeinsam ein wenig Urlaub machen, wenn Sie wollen. Boah, wir sind so einfach noch Vater. Ja, 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 ja. Ich kann jetzt selber mit ihr, okay? Du gehst ja ein bisschen. Ja, klar, kein Problem. Lukas! Papa! Warum bist du nicht in der Hütte geblieben? Weil der Mann mich immer anfasst. Haben Sie meinen Sohn angefasst? Nein, das würde ich doch nie. Warum nicht? Ich mache mich ganz schwach, wenn Sie schreien. Oh, Mensch. Wieso haben Sie meinen Sohn nicht... Ihr Popo brennt schon wieder. Stopp, mir reicht's. Gut, jetzt sind wir unter uns. Ja, für dich. Oh, wie gut. Lukas, an wen war das? Nein, Papa, bin ich nicht mit. War das für mich, Lukas? Ja, das war für dich. Guck. Das ist wirklich... Wow, was für ein Darmausgang. Oh, oder? Wow, das haut mich wirklich um. Stein, wenn du dich ganz kurz noch mal um folgendes Problem kümmern könntest. Ich, ähm... Stein, kümmere du dich kurz um deinen Bruder. Super. Da kommen dann. Fragen Sie immer so fest zu? Ja, ich kann noch mal ganz andere Sachen. Ach, wirklich? Schauen Sie mal hier, hä? Ich bin ja auch nicht nur verantwortungsvoller Vater, sondern auch wilder Hengst. Oh, hallo. Oh, sie tragen doch einen Ehering. Ist das ein Ehering an ihrem Finger? Ach, das ist meine Lammaglocke. Das ist... Wuhu! Ich reife ja ganz gern. Wollen Sie mit mir schlafen? Oh ja! Oh ja! Super Daddy, Super Daddy hier. Das ist für Sie. Lukas, wo kommst du? Papa, was macht ihr hier? Lukas! Ich habe immer's den Atmen. Mann! Lukas, geh in die... Lukas! Lukas! Papa, was macht ihr mit der Frau? Oh, Lukas! Dein Vater wollte mir gerade Reiten beibringen. Ich glaube, ich tue mich schon ganz gut. Warum geht die Zone weg? Lukas! So, hier. Du hast Kräfte. Die Zone entfährt sich. Ich beschimp' dann deinen Muskeln. Ja, 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 das passt schon. Kommen Sie nochmal mit ganz kurz, weil meine Kinder da hinten am Spielen sind. Ich habe aber nur noch eine Minute Pause. Wir können ja mal kurz hier vorne in die Hütte reingehen, oder? Nur mal kurz gucken. Oh, und wieder raus, schnell wieder raus. Oh, das war ein Abenteuer, ja, ja. Oh mein Gott, ganz warm. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ich höre dir weg. Nein, nein, natürlich nicht. Das ist doch ganz wuschig. Lukas, gib den Trank her. Äh, ich hatte Durst. Lukas, gib den Papa den Trank, der hat auch Schmerzen. Oh, okay. Sag, mein Sohn Stein darf den haben. Warum ist unsere neue Mama eigentlich so knapp angezogen? Die ist nicht knapp angezogen, sie ist nur eine gute Mutter, außerdem ist das nur die Mutter von Stein. Äh, achte mal. Genau, es ist einfach so warm heute. Bedeutet, es gibt auch noch eine zweite Frau? Ähm, nein, ach, ich, ich. Kinder, ey, Stein, hallo! Hör auf, hör auf. Ganz kurz. Hey, der... Ach, wie süß, das kann Horn spielen. So, kommt's. So, kommt her, Kinder, kommt. Wir beide, wir laufen hier weiter. Papa, ich will. Papa. Was denn? Papa, ich glaube, der Sturm kommt. Ja, Lukas, du wirst nur ein bisschen nass, das passt schon, ne? Aber der Sturm kommt. Ja, 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 ja. Lass mich nicht was machen, brauchst du Papa? Papa. Äh, hier. Genau. Dein Himmel. Ja, ja, ne? Du bist doch mein Junge. Der Kleine. Ich stumm. Ach ja, der Sturm, der gute Alte, nicht wahr? Ich stumm. Ja, 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 ja. Ah, es regnet. Lukas. Aua. Lukas. Oh, Mensch. Da haben wir es. Mir fein geht sowieso lieber. Ja, ja, nicht. Gut, dann würde ich sagen, klettern wir hier hoch und springen alle Richtung Horizont, oder? Der Papa, ich meine... Ah, der Papa! Oh, Alfie. Wir sind mit den Zweiten. Alfie. Komm. Papa, geh durch, komm. Ja, Leute, das war's von dieser wunderschönen Folge von Who's Your Daddy mit einem Kasten-Server. Schaut lieben gerne bei Saftiges Kno, Corona. Oder mal Piqué, von dem ich jedes Video klaue. Alphastein und WIF-HD vorbei, meine Freunde. Mach's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, Mitteln machen und Lachen. Ja, weiss, der Weg. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschau.